Ich bin hier zuerst oben durch und wieder Fabian Lenz fahren. Kannst du den Namen nochmal sagen? Livio Arbogalf aus Lachs. Messe, für dich wollte ich nur wissen, wo die Leute oben fahren. Es ist kein Problem. Er hat ja keinen Funk. Warte mal schnell. Wo fährt er? So wie Livio jetzt gefahren ist. In Ordnung. Oh, nein. Oh, ja. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Vielen Dank.